Sie wollen die wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Region in einem Überblick? Der NWZ-Online-Skill für Ihren Amazon-Sprachassistenten Alexa bietet Ihnen eine tägliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen aus Oldenburg, dem Oldenburger Land und der Welt. So verpassen Sie nichts mehr. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert. Laden Sie die Amazon Alexa-App aus Ihrem App Store oder Google Play Store auf Ihr Handy. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, öffnen Sie die App. Gehen Sie oben links auf den Menü-Button. Es erscheint eine Liste mit Funktionen. An sechster Stelle sehen Sie die Funktion Skills. Wählen Sie diese aus. In der Suchleiste können Sie jetzt ganz einfach NWZ-Online eingeben und bestätigen. Sofort wird Ihnen der NWZ-Online-Skill angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol. Dort müssen Sie nur noch auf Skill aktivieren drücken. Dies kann ein paar Sekunden dauern. Unter dem Punkt Skills in Ihrer Menüleiste finden Sie in der rechten oberen Ecke eine Übersicht mit Ihren aktivierten Skills. Hier können Sie alle Skills auch jederzeit wieder deaktivieren. Sobald Sie den NWZ-Online-Skill aktiviert haben, können Sie Alexa ganz einfach nach Ihrer täglichen Zusammenfassung fragen. Wie genau Sie dies abfragen können, sehen Sie auch im Skill-Menü. Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von NWZ-Online, Nachrichten aus dem Oldenburger Land. Das ist meine tägliche Zusammenfassung. Von NWZ-Online, Nachrichten aus dem Teil trailers geht um die granddaughteres